Da hat Crystal ja mal einen Treffer gelangt. Ihr müsst unglaublich ruhig sein. Dann seht ihr ein paar großartige Exemplare von einer wirklich ausgesprochen seltenen und ungewöhnlichen Vogelart. Das ist der Loser. Nicht versauen. Was machen wir zuerst? Ich meine, wenn wir da sind, sollten wir gleich anfangen zu pflanzen. Können wir uns nicht erst häuslich einrichten? Ich muss ein bisschen Hohlköpfen heimzahlen. Du hast doch Herrn Morello gehört, zu nicht drauf einsteigen. Stimmt. Sonst begeben wir uns auf das gleiche Niveau. Kindischen Streichen hinreißen. Pflanze. Jessica wird Chefin. Dritte bewässert. So sind wir am effektivsten und schaffen mindestens... Ergieß nicht die Zeit, die draufgeht, wenn wir Luft holen. Jims? Nein. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen? Ehrlich, Jess, das ist richtig zwanghaft. Oh, Crystal. Ist doch wahr. Ihr Leben dreht sich... ...schuldige. Das Abend... Kate, dann lass uns gehen. Guten Appetit. Okay, das war... Dieser Spruch. Keine Beleidigung. Was kann bei... Da ist was im Busch. Sag mal, trägt eure... Was? Meine Suppe. Na... Ah! Das war einfach... Enttäuscht, Jessica. Ist doch besser wissen. Und ich will keine... Ihr das verstanden. Ja. Turnschuh voller Mayonnaise, der sei uns in Ruhe zu lassen. Ich... Jetzt. Abwaschende. Wie... Gelegen ist echt einfach. Ja. Was eine tut, das tun alle. Manchmal sind unsere... Ich bin schon zackt. Bei jeder Mayonnaise. Crystal wird das übernehmen. Und jetzt werde ich mich mal abwaschen. Das tut... Dann stellen wir eben einen schnellen Gernheim. Es ist nichts an. Ab. Entschuldige, Caitlin. Ist nicht schlimm. Mit Crystal werden wir sowieso... Was ist passiert? Pixel zu schlimm. Die haben schon wieder... Was für blödes Lachen aus dem Gesicht wischen. Und natürlich nicht mit Kosmetiktüchern. Wir tun einfach überraschend mit ihren eigenen Waffen. Und wie? Wir brauchen eure Hilfe, wenn wir es ihnen heimzahlen wollen. Dass ich sowas je sagen würde. Kotze aus Plastik? Schleim? Oh, heute Nachmittag. Da sind Mittag zusammen waren. Vorzieht. Sollten wir uns ein... Das konnten wir nur schaffen, weil wir Hilfe von unseren Freunden hatten. Mal mit uns treffen. Auf dem Milchschick oder so. Warum sich dann treffen? Wenn du das tatsächlich so empfindest...